Musik Herzlich Willkommen zu Timos Lichtblick, die Wochenenergie für die nächste Woche vom 20. bis zum 26. Mai. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ohne, dass wir wieder groß rumlabern, gehen wir natürlich gleich in das Orakel rein. Ich wünsche euch viel Spaß und lasst uns einfach sehen, was so auf uns zukommt. Wir beginnen diese Wochenenergie dieses Mal wieder mit der Seelenreichkarte. Die Seelenreichkarte sagt uns, Angepasstheit ist der innere Tod, lebe authentisch und sei mutig. So, bitte sehr, ihr dürft es natürlich auch sehen, wie auch hier oben im Bild erkennbar ist. Was will uns die Karte sagen? Natürlich sagt die Karte uns, dass wir sehr und sehr viel zu sehr der Normwelt, dieser mediengestalteten Welt anpassen und gar nicht mehr auf unsere eigenen Belange achten, sondern dass wir viel mehr darauf besinnt sind, dass wir immer daran denken, dass alles von der Außenwelt, von unserer Außenwelt so auch gut geheißen werden kann, dass wir gar nicht so nach unserem Impuls handeln, sondern eher darauf achten, was andere Menschen von uns wollen. Aber das hat uns damals schon nicht so gut getan. Also wir sehen hier, dass der Fuchs, der Fuchs, der liegt im Park mit dem Herzen. Beginnen wir mal mit dem Fuchs. Der Fuchs, der steht manchmal für List, manchmal für Schlauheit. Dieses Mal steht er für mich für Gelerntes. Was sollst du gelernt haben im Leben? Du hast doch im Leben gelernt, dass wenn du nicht auf dich hörst, dass du dann irgendwann in depressiven Schwingungen landest, weil dein Inneres einfach dich nach außen treten kann. Und das ist auch der Park. Der Park, der steht für mich diese Woche für die Öffentlichkeit, so auch für, bring das Gelernte wieder nach außen, zeig, was deine Vergangenheit dir aufbereitet hat. Dann kann dein Herz auch wieder erblühen. Und zwar ist es simpel, dass Lernprozesse immer wieder durchlaufen werden. Und wir haben auch immer wieder Lernthemen, die an uns getestet werden vom universellen Hergang. Wichtig ist nur, dass wir dir auch bestehen, diese genannten Tests. Das geht aber nur, wenn du wirklich verinnerlicht hast und wirklich für dich selber stehst. Für viele Leute heißt es daher Grenzen ziehen und nicht nach anderem Willen handeln, sondern nach dem eigenen Wohl. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen immer viel, viel geben. Und die anderen 50% nehmen nur. Aber eigentlich muss es im Gleichgewicht sein. Menschlich gesehen ist es im Gleichgewicht, aber seelisch gesehen leider gar nicht. Deswegen sollten wir uns da mehr drauf fokussieren. Daher haben wir dann auch diese Stille heilt-Orakel-Karte, welche ich selber persönlich sehr wunderschön finde. Kommt Richtung Wochenmitte. Regenerieren. So, eine wunderbare Karte. Auch das Backlay sehr, sehr schön gestaltet. Regenerieren. Wie können wir unsere Seele regenerieren? Zuallererst hören wir erstmal wieder auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl und probieren mal den ganzen Materialismus und diese ganze Medienwelt beiseite zu legen. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal einen Tag unser Smartphone nicht in die Hand nehmen und wenn dann vielleicht nur für Musik oder für Kunst, damit wir endlich unsere Seele wieder damit füttern, was sie will. Was willst du denn eigentlich im Leben? Möchtest du morgens aufstehen zur Arbeit, nach Hause kommen, Kindern das Essen auf den Tisch stellen, beim zweiten Kind warten, bis es sich wieder meldet und, 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 und. Du bist ja nur im Warteprozess und machst für andere. Jetzt ist es aber an der Zeit zu denken, was möchte ich? Möchtest du so wie ich oder wie jemand anderes morgens aufstehen, deinen Kaffee genießen, dich um Pflichten kümmern, welche du in die Welt gebracht hast, deine Kinder? Und da möchtest du danach aber dieser Berufung nachgehen, wo du für dich verinnerlichst und nirgends unter Druck stehst, dann weißt du ganz genau, dass du ehrlich zu dir selber bist und auch wirklich für das einstehst, was du möchtest im Leben. Dann ist da gar nicht dieses Druckgefühl da. Du bist einfach in einem Lebensfluss drin. Und da musst du auch wieder hin. Deswegen die Regenerationskarte. Denn deine Arbeit sowie auch deine Geschichte, deine eigene Geschichte, die liegt im Positiven diese Woche. Wir haben hier die Fabrik. Das steht für viele auch für Schulen und so. Für mich ist das die Arbeit, weil ich nicht gerne auf Kinder und Jugendliche lege. Eigentlich gar nicht. Persönlich für die meine ich jetzt, wenn jemand Fragen für Kinder hat, natürlich beantworte ich auch die. Aber deine Arbeit wird jetzt ihre neue Geschichte schreiben. Es wird positiv sein. Aber für mich ist es wegen der Regeneration obendrüber die innere Arbeit. Für mich hat es jetzt nichts mit Finanzen zu tun. Es ist einfach der innere Prozess wird jetzt Richtung Ende Mai nochmal richtig angestachelt. Und es werden noch viele merken, dass sie sehr viele emotionale Schwankungen haben. Und daher muss man sich mit sich selbst beschäftigen. Es ist Zeit, nächste Woche für alles einzustehen, was man im Leben möchte. Ihr müsst es oder ihr solltet es wirklich so machen und so verpacken auch, wenn ihr zum Beispiel jemandem eure Liebe gesteht. Verpackt es so, wie ihr es selber auch gesagt bekommen wollt. Wenn ihr eine Freundschaft beenden wollt, dann sagt es in einem liebenton. Lasst euch nichts oder auch gar nichts vorwerfen, weil euer Prozess ist einfach weiterkommen im Leben und nicht stehen bleiben. Und so sind halt emotionale Bedingungen nächste Woche sehr, sehr verknüpft. Es wird viele Tränen geben. Es wird auch viele Diskussionen geben. Aber im Endeffekt ist es positiv für dich, weil die gute Nachricht liegt da. Der Brief bringt dir die gute Nachricht für dich selber, für deinen inneren Prozess, für dein Bewusstsein. Und das ist was Wundervolles. Was wirklich Wundervolles. Das werdet ihr auch dann merken Richtung Ende der Woche. Da kommt nämlich dann unsere Heilungsengel-Orakelkarten. Und die sagt Träume. So, nicht nur Träume haben derzeit einen ganz großen Einfluss auf dein Außenleben. Also sie wollen dir nicht nur sehr, sehr viel sagen, sondern du kannst endlich deine Träume wieder in Angriff nehmen. Das, was du dein ganzes Leben wolltest, sei es spirituelle Arbeit oder eine Weltreise oder dass du malst oder ein Buch schreibst. Alles, was du dir schon immer erträumt hattest und dir als Ziel gesetzt hast, kannst du nun wieder angehen, weil deine emotionale Welt bereinigt ist. So, das heißt aber auch, dass Blockaden fallen. Die Blockaden hier in der Mitte, die wo ganz, hier, ganz klar waren, fallen. Sie fallen in die Häuslichkeit rein. Sie gehen. Für mich ist es ganz klar, dass die Blockaden fallen. So, die Ängste auch, weil wenn deine emotionale Welt bereinigt ist, dann kannst auch du deinen Weg wieder gehen. Und die Klarheit ist einfach, die Klarheit wird da, was war mir da groß zu sagen? Du hast dir selber bewusst gemacht, selber klar gemacht, was du im Leben möchtest und danach gehandelt und dann bleibt es bei dir auch häuslich. Dann können so kleine Problemchen gar nicht mehr auftauchen. Ihr seht es da im Bild, das ganze Kartenbild nochmal. Es ist der Fuchs vorne, beseitigt die Blockade ganz hinten. Unten ist dein Herz dafür verantwortlich, dass die Klarheit kommt, wie ihr das gesehen habt. So, und wie in jedem Orakel ziehen wir noch eine Orakelkarte live. Dieses Mal habe ich die Karma-Kärtchen ausgewählt, weil ich die schon länger nicht mehr benutzt hatte. So, und wunderbar. Kurzer Text. Just breathe. Atme einfach durch. Genieß dein Sein. Es ist wunderbar. So, und für alle Leute, zack, zack, zack. Ihr könnt meinen YouTube-Channel gerne abonnieren. Hier einfach drauf drücken für die anderen. Hier lebt eure Spiritualität. Meine neue YouTube-Reihe. Da könnt ihr auch gerne drauf klicken und sie anschauen. Ansonsten freue ich mich für alle Leute, die ich morgen im Facebook-Stream wiedersehe. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Das nächste YouTube-Video kommt am Dienstag. Lebt eure Spiritualität Teil 2. Für jeden, der den ersten Teil noch nicht verpasst hat, da angucken. Au revoir. Au revoir.